Wer dann eine solche Übung turnt, wie er es gemacht hat, also erstens, dass er sie überhaupt turnt und wer die dann noch in der Qualität turnt, da bleibe ich dabei und sage, das ist mehr wert wie eine Goldmedaille. Das muss erst mal einer hinkriegen und ich kann Ihnen sagen, da sind auch an uns adressiert Zuschriften eingegangen von Vorschlag Sportler des Jahres bis hin zu. Also ein typisches Signal, so etwas wird auch in der Heimat wahrgenommen und wird vielleicht genau als die Form von Vorbild bewertet, wie wir es benötigen. Die Gefahren, die haben wir nicht auf dem Golfplatz, aber du siehst halt einfach die Leidenschaft und die Liebe dabei. Selbst wie er dann nochmal auf das Pferd gegangen ist und dann nochmal geturnt hat, das ist schon beeindruckend. Da weißt du einfach, dass du echt dein Bestes geben musst, weil du kämpfst nicht nur für dich, sondern auch für die anderen 250 Sportler, die hier sind.